Wenn auf Erden alle das Schöne als Schön erkennen, so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt. Wenn auf Erden alle das Gute als Gut erkennen, so ist dadurch schon das Nichtgute gesetzt. Denn Sein und Nichtsein erzeugt einander und hoch und tief verkehren einander. Stimme und Ton sich vermehlen einander, vorher und nachher verfolgen einander. Also auch der Berufende, er verweilt im Wirken ohne Handeln. Er übt Belehrung ohne Reden. Alle Wesen treten hervor und er verweigert sich ihnen nicht. Er erzeugt und besitzt nicht. Er wirkt und behält nicht. Ist das Werk vollbracht, so verharrt er nicht dabei. Und eben weil er nicht verharrt, bleibt er nicht verlassen. Lao Tse, Tao Te Ching, Kapitel 2, übersetzt von Richard Wilhelm. Dualismus ist ein Konzept, das die allgemeine menschliche Tendenz beschreibt, Dinge in zwei gegensätzliche Teile zu teilen. Also eine Zweiheit oder Polarität zu schaffen. Die Yoga-Philosophie sieht diesen Dualismus, in dem sich der Mensch befindet, als eine Art Täuschung oder Illusion seines Bewusstseins. Es ist die Täuschung darüber, dass wir ein begrenztes Wesen sind, das leidet. Wir können den Dualismus direkt in unserer Natur beobachten. Es gibt Tag und Nacht, männlich, weiblich, heiß und kalt, groß und klein, breit und schmal und so weiter. Und auch in unserem Gefühlsleben tendieren wir dazu, die Dinge zu separieren. Glück und Traurigkeit, Wut und Ruhe, Angst und Mut oder Liebe und Hass. Ja, selbst mystisch finden wir Gegensätzlichkeiten, wie die Menschheit und Gott, Gewinner und Verlierer, das Heilige und das Profane oder Eros und Thanatos. Die Liste geht weiter und weiter. Diese Gegensätze scheinen irgendwie dabei zu helfen, die Komplexität des Lebens zu ordnen. Ja, der Dualismus scheint sogar eine adäquate Repräsentation der Realität zu sein. Er ist halt einfach zu begreifen. So gut wie jede Philosophie und Religion, vom Hinduismus über den Buddhismus bis hin zum Christentum, bedient sich des Dualismus in der einen oder anderen Weise. Was man jedoch aus dem Taoismus oder Zen erkennen kann, ist, dass es etwas jenseits des Dualismus gibt. Etwas, was nicht versucht, Probleme zu diagnostizieren und zu lösen oder etliche Metaphern schafft, sondern etwas, was die grundlegende Natur der Dinge versteht. Durch Praktiken wie der Meditation kann diese Essenz, diese vollkommene Wahrheit besser und besser verstanden werden, bis man schließlich den Dualismus übertrifft und der Realität ins Auge blickt. Es gleicht einer inneren Revolution, wenn man den Dualismus auf einer spirituellen Ebene überwindet. Die erkenntnismäßige Überwindung der dualistischen Einstellung könnte man auch als Erleuchtung bezeichnen. Hier sagt die yogische Lehre, dass bekannt wird, dass das Gute das einzige Prinzip der Welt ist. Selbst Platon schreibt im Symposium, welches ein in Dialogform verfasstes Werk von ihm ist, von der Erfahrung der Nondualität, in Hinblick auf seine Erkenntnis von der Idee des Guten. Diotima, die Lehrerin des Sokrates, sagt, Der Suchende, der der letzten Erkenntnis nahe kommt, wird plötzlich eines Schönes von wunderbarer Art erblicken, eben jenes Sokrates, dessen wegen alle früheren Bemühungen unternommen wurden, welches zuerst immer ist und weder entsteht noch vergeht, weder zunimmt noch abnimmt, ferner auch nicht, auf der einen Seite schön, auf der anderen hässlich ist und nicht bald schön, bald wieder nicht, auch nicht in dieser Beziehung schön, in jener hässlich, noch hier schön, dort hässlich, sodass es für die einen schön, für die anderen aber hässlich wäre, auch wird sich ihm dieses Schöne nicht als ein Gesicht zeigen oder als Hände oder als irgendetwas anderes, woran der Körper Anteil hat, noch als irgendeine Rede oder Wissenschaft, nicht als etwas, das an irgendeinem anderen ist, in einem anderen Lebewesen, auf der Erde oder am Himmel oder sonst an irgendetwas anderem, sondern an sich und für sich und in sich ewig in einer Gestalt. In diesem Zitat wird der Gedanke, dass die dualistische Sichtweise der Welt überwunden werden kann, indem man ein Schönes erblickt, das keine Kehrseite bereithält, immer wieder wiederholt. Das Tao oder Zen hingegen sagen uns, dass man Dualität transzendiert, wenn man versteht, wie Gegensätze in der Quelle im Zen harmonisieren. Das ist der mittlere Weg, von dem Buddha gesprochen hat. Widersprüche umarmen, sie zu synthetisieren, bringt uns Balance und Frieden. Wenn wir die fundamentale Einheit aller Dinge und aller Konzepte sehen, dann wird Leid nicht mehr schmerzhaft und Glück nicht mehr flüchtig. Wir fühlen uns weniger gezwungen, Widerstand zu leisten und gegen die natürlichen Eigenschaften der Natur, Zeit oder des Raumes zu kämpfen. Im Gegensatz zum Dualismus, welcher annimmt, dass Konzepte isoliert existieren und sich gegenüberstehen, zeigt uns Zen, das Tao, dass es gar keine Isolation gibt. Alles ist verbunden und von allem anderen abhängig, also wieso sollten wir uns dann hoffnungslos oder verzweifelt fühlen? Richtig, es gibt keinen Grund.